Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute mit einem Interview. Ich habe zu Gast den Daniel Müller. Und Daniel, wow, muss ich sagen, den habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, da wird er mir gleich helfen, auf der OMCO kennengelernt. Was das ist, erfahrt ihr auch gleich. Und er hat sich hammermäßig entwickelt, ist erstens ein guter Freund geworden und auch ein Podcast-Kollege. Und von dem kann ich richtig noch was lernen. Daniel, Daniel Müller, herzlich willkommen. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ja, Holger, als du mich angefragt hast, musst du dich lange überlegen, da bin ich natürlich sehr gerne erneut Gast. Wir haben uns damals auf der Contra vor zwei, fast drei Jahren. Auf der Contra, genau. Ja, auf der Contra war das, auf der Traffic- und Conversion-Messe. Und da hast du in einem Sessel gesessen und ich habe mich einfach mal dazugesetzt und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich erzählt, dass ich Podcasts mache und du sagtest, du machst auch Podcasts. Und damals vor drei Jahren war das noch so was ganz, ganz Besonderes. Es ist jetzt immer noch was Besonderes, hat ja nicht jeder einen Podcast. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und seitdem jetzt in Kontakt geblieben. Und du warst einer meiner ersten Interviewgäste. Und ja, seitdem sind wir ja auch ein bisschen über MLP in Kontakt geblieben. Und ja, hat sich ein bisschen was getan in den letzten drei Jahren. Absolut. Wir waren uns gleich sympathisch. Das war auch ganz wichtig. Dann haben wir uns regelmäßig mit Telefonaten ausgetauscht, auch mal gesehen, so ein bisschen gegenseitig geholfen. Ich aus meinem Bereich, dir ein bisschen. Du aus deinem Bereich mir sehr, sehr viel geholfen. Denn ich war mit meinem Podcast damals noch in den Anfängerbereich drin. Erzähl mal, hau mal ein paar Zahlen raus. Dein Podcast heißt Liebe Zeitarbeit. Ja, genau. Liebe Zeitarbeit und das Hauptziel des Podcasts, warum ich da angetreten bin, ist, dass ich das Image der Zeitarbeit, was meiner Meinung nach viel zu schlecht ist, das möchte ich halt anheben, verbessern. Und dafür habe ich den Podcast gestartet. Mittlerweile habe ich jetzt 300 Folgen schon aufgenommen. 310 sind es knapp, die jetzt schon aufgenommen sind. Und mittlerweile halt auch mit Video und YouTube. Und habe schon für meine kleine Nische eigentlich Zeitarbeit, Personal, HR, 400.000 Hörer erreicht. Und das freut mich halt riesig, dass sich auch so viele den Podcast anhören und treu dabei sind. Und am Anfang weiß ich noch, als ich damit angefangen habe, dachte ich, was soll ich denn erzählen? Ja, für 10 Folgen habe ich noch irgendwie Content, da habe ich noch Ideen. Und jetzt mittlerweile 300 und ich habe noch eine lange Liste von Podcast-Folgen, die ich noch aufnehmen möchte. Ja, jetzt lassen wir uns das nochmal zu mir zergehen. 400.000 Hörer, das ist ja schon eine Hausnummer. Und da denkt man, Zeitarbeit, what the fuck ist das denn? Kriegt man da überhaupt so viele Themen zustande? Und sag mal, du bist ja im Hauptberuf, bist du ja Niederlassungsleiter bei einer Zeitarbeitsfirma. Ja, ich war Niederlassungsleiter, bin jetzt seit drei Jahren Regionalleiter. Ja. Und ja, bin immer noch angestellt und habe das parallel gestartet, mein Business. Habe dann auch vor zweieinhalb Jahren mein Gewerbe angemeldet und habe gesagt, okay, mir ist langweilig. Irgendwie gab es keine Herausforderungen mehr und ich wollte was Neues erleben. Ich brauchte, musste mich selbst fordern. Und dann habe ich gedacht, okay, bildest du dich mal weiter. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ein Podcast geht. Mir hat das auch keiner gezeigt. Ich musste das auch wirklich per YouTube-Videos und lesen und probieren, testen. Habe ich mir das selbst angeeignet. Ja, und bin bis jetzt dabei geblieben. Die erste Zeit habe ich eine Folge die Woche gemacht, dann irgendwann auf zwei. Und mittlerweile mache ich drei Podcast-Folgen die Woche. Und jeder, der Podcast macht, weiß, dass das schon, wenn man das alleine macht, schon eine ganze Menge ist. Also Chapeau. Drei Folgen pro Woche. Da kann ich mit meinen zwei Folgen, muss ich mich ja verstecken. Nein, nein, nein. Jeder, der regelmäßig den Podcast schon macht. Holger, da bist du schon ganz weit vorne. Ja. Die meisten hören nach sieben Folgen auf. Ja. Ja, die meisten machen sieben Folgen und dann stampfen die das ein, weil du natürlich das Feedback nicht immer direkt bekommst. Du bist zwar ganz nah am Ohr des Hörers dabei, aber das sind ja so stille Bewunderer, so stille Hörer. Du konsumierst den Podcast und du bekommst ja nur was mit, wenn er dir, der Hörer, die Hörerin dir schreibt, dich anruft, bei dir einen Auftrag platziert, sich meldet. Dann bekommst du ein Feedback. Aber die ganzen stillen Hörer, die da draußen sind, die sieht man ja nicht. Ja. Ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Da haben wir damals, als wir uns kennengelernt haben, auch darüber gesprochen. Ey, geh nicht hier mit der Erwartungshaltung nach, die dir morgen die Bude einlaufen und die Telefone schrillen bis zum Geh nicht mehr. Du musst das Ganze aufbauen. Und das hast du ganz klar gesagt. Ich bin eh mit dem Mindset angetreten. Bei mir war es ja so, ich bin angetrieben und habe gesagt, ich habe keine Lust, immer das Gleiche zu erzählen. Ich möchte ganz gerne mal das, was ich über Erben schenken und so weiter, weil ich ja sehr spezialisiert aufgestellt bin, nicht immer wieder neu erzählen. So kann man dann sagen, hör mal, da habe ich einen Podcast gemacht, hör mal rein. Nein, dann hast du schon die Vorinformationen, wenn du dann zu mir in den Termin kommst, hast du schon die Fragen auf der Zuge liegen, die wichtig sind. Und ich muss nicht bei Adam und Eva bei dir anfangen, die wieder eine Stunde lang erzählen, was das überhaupt ist. Wir können sofort in Medias Res gehen. Das war mein Ansatz damals gewesen. Deshalb bin ich da auch ganz entspannt reingegangen. Aber ich erinnere mich genau an deine Aussage, wo du sagtest, ey, das musst du aufbauen, du musst Geduld haben. Steht da Tropfen, Hüllt den Stein so ungefähr, hast du es, glaube ich, formuliert. Und das hat sich auch bewahrheitet. Ja, war so, weil man denkt wirklich, man macht einen Podcast, oh Gott, jetzt gehe ich raus, jetzt bin ich für alle sichtbar. Ich bin in der Sichtbarkeit, das ist ja auch eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, du musst dir ja bewusst sein, ich möchte jetzt an die Öffentlichkeit, ich möchte sichtbar werden. Ich möchte nicht irgendwie im schlimmen Kämmerlein mein Business machen, sondern ich möchte da draußen Fußstapfen hinterlassen. Ich möchte was mitgeben, ja, und auch Content liefern ist ja eine Art Dienstleistung, wo du ja kein Geld für bekommst. Also der Podcast ist an sich ja komplett kostenlos, kann jeder konsumieren und kann sich das Wissen aneignen. Und da ist schon mal der erste Glaubenssatz, den viele halt haben, du kannst doch nicht einfach dein Wissen, was du dir in Jahren erarbeitet hast, aus der Branche, aus der Lebenserfahrung, das kannst du doch nicht einfach for free rausgeben. Du machst doch die anderen schlau, weil ich helfe ja anderen Zeitarbeitsfirmen, Personalern beim Recruiting, beim Onboarding, beim Finden von guten Mitarbeitern, wie wir die ihren ganzen Tagesablauf besser planen können, wie die erfolgreicher werden. Und das kann ja ein anderes Zeitarbeitsfirma, ich bin ja noch in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt, könnte ja auch ich mir meine eigene Konkurrenz aufbauen. So hat also auch, so denkt auch meine Führungskraft in der Firma, wo ich bin, mach die lieber mal nicht schlau, weil ja, auch mit den Aussagen muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich stehe natürlich für was und du musst auch für was stehen, damit du auch wahrgenommen wirst. Wenn du immer nur so ein Fähnchen im Wind bist und jedem nach dem Mund redest, wirst du nicht wahrgenommen, weil das möchte keiner, sondern man muss klar Position für etwas und auch gegen etwas stehen und dann ist man in der Wahrnehmung und dann eckt man auch mal an. Und das Thema Zeitarbeit eckt ja generell an. Lass uns da nochmal kurz drauf kommen, weil Zeitarbeit weiß vielleicht nicht jeder meiner Hörer, was das bedeutet, Zeitarbeit. Sag mal kurz, was da hinter steckt. Ja, Zeitarbeit bedeutet, bei uns rufen Firmen an und bestellen oder fragen nach Personal mit einer gewissen Qualifikation, die sie für eine Zeit X benötigen. Und wir haben schon ganz viele Mitarbeiter beschäftigt oder begeben uns auf die Suche nach dieser Qualifikation und überlassen dann dem Kunden diesen Mitarbeiter für eine gewisse Zeit. Der Kunde kann nachher den Mitarbeiter übernehmen oder kann auch nach drei Wochen sagen, nee, jetzt brauche ich den nicht mehr. Der Auftrag ist beendet, der Urlaub meiner Mitarbeiterin ist beendet, die Krankheit eines Mitarbeiters ist beendet. Ich brauche jetzt die Unterstützung nicht mehr von Daniel. So, und dann wird der Mitarbeiter abgemeldet. Und das Schöne ist ja dabei, was viele nicht wissen, der Mitarbeiter bleibt ja weiterhin bei der Zeitarbeitsfirma. Der ist ja weiterhin da beschäftigt. Wir haben ja nicht so ein Modell wie in Frankreich, wo direkt mit dem Abmelden des Mitarbeiters auch der Arbeitsvertrag endet. Ja, also da ist es so und ich glaube auch in Holland, wenn in Frankreich ein Mitarbeiter abgemeldet wird, endet automatisch der Arbeitsvertrag. Und das ist halt in Deutschland nicht so. Der steht weiter bevor, wird weitergeführt und kann natürlich auch gekündigt werden. Klar, es gibt auch einen Tarifvertrag, es gibt zwei Tarifverträge in der Zeitarbeit. Aber grundsätzlich ist der Mitarbeiter weiter beschäftigt und wir setzen ihn bei einem anderen Kunden, der auch diese Qualifikation braucht, wieder ein. Sehr schön. Eigentlich ja sehr, sehr wichtig für Unternehmen, sagen wir mal, die Spitzen abbauen müssen. Wenn sie Arbeitsspitzen haben, Produktionsspitzen, Dienstleistungen, die abgebaut werden müssen, haben aus der eigenen Personalkraft nicht die Stärke, um das zu stemmen. Freuen die sich, wenn sie von außerhalb Leute kriegen können. Und das Schöne ist, wenn sie sagen, ich brauche die jetzt nicht mehr, weil Aufträge abgearbeitet worden sind, geben sie den Arbeitnehmer wieder zurück. Genau. Warum hat denn Zeitarbeit eigentlich früher immer so einen schlechten Ruf gehabt? Denn das war ja auch, was wir uns kennengelernt haben. Hast du gesagt, Mensch, ich drehe dir auch dazu, ich drehe dir auch ein, um die Zeitarbeit mal auf den Sockel zu nehmen, auf den sie drauf gehört. Weil es ist eine hammermäßig coole Geschichte. Und das wissen viele Leute nicht, weil es ja Vorurteile gibt. Ja, es gibt natürlich auch, wie in jeder Branche, die kennst du im Versicherungsbereich, die gibt es bei Politikern, die gibt es bei der Polizei, die gibt es beim Bäcker, die gibt es bei Paketbooten. Dass auch Leute ihren Job anders interpretieren und dann vielleicht nicht ihren Job so machen, wie wir uns das alle vorstellen oder wünschen würden. Die gibt es auch in der Zeitarbeit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine schwarzen Schafe da draußen gibt, aber die gibt es wirklich in allen Bereichen. Aber gerade in der Zeitarbeit ist es natürlich so, dass gerade auch im Niedriglohnsektor, und da meine ich nicht Niedriglohn vom Lohn her, sondern eher von der niedrigen Qualifikation. Wir beschäftigen ja sehr viel, 60, 70 Prozent sind ungelernte Kräfte, die keine Ausbildung haben, die langzeitarbeitslos waren. Und die versuchen wir wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, indem wir denen eine Chance geben und die bei Kunden wieder einsetzen. Ja, und wenn du dann, ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn du mit einer geringen Qualifikationsanforderung arbeitest, musst du natürlich, wenn dann kein Auftrag mehr da ist oder die Fehler auch in der Person zu sehen sind, weil der Mitarbeiter funktioniert nicht, ist zu oft krank, es passt menschlich nicht, dann musst du halt reagieren, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und bezahlen den Mitarbeiter weiter. Und wenn du dann einen Mitarbeiter beschäftigst, den du nicht mehr bei einem Kunden einsetzen kannst, dann musst du dich von ihm trennen. Ja, egal wie lange er da war, du probierst noch, du machst, aber irgendwann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du sagst, pass auf, jetzt ist unsere Reise zu Ende. Und dass es bei einer Zeitarbeitsfirma ein höherer Durchlauf an Mitarbeitern ist, weil man halt auch Spitzen abdenkt, man hat auch saisonales Geschäft, wo dann gesagt wird, zum Sommer brauchen wir 100 weitere Mitarbeiter oder Amazon zum Beispiel. Amazon wickelt sehr viel ihrer Spitzen über Zeitarbeit ab, weil die auf einmal, die haben vielleicht im Stamm 300, 400 Mitarbeiter und dann zur Weihnachtszeit haben die auf einmal 2.000 oder 3.000 Mitarbeiter dann beschäftigt. Und die holen die über die Zeitarbeit und irgendwann sind die Aufträge weniger und da werden die Mitarbeiter wieder abgemeldet. Aber du hast halt nicht nochmal einen zweiten Amazon in der Hinterhand, musst dich dann auch von einigen Mitarbeitern trennen und das versteht halt nicht jeder. Und ja, es ist auch viel Unwissenheit. Meist kennt einer, der kennt einen und der war mal eine Zeitarbeit und der hat eine Kündigung bekommen und es wird auch oft nicht hinterfragt, ob das richtig ist oder nicht, ob das stimmt. Das ist leider so. Ja, und natürlich auch der eine oder andere am Markt hat auch nicht für einen guten Ruf gesorgt und hat so ein bisschen diese negativen Sachen, die lassen sich auch viel, viel besser verkaufen. Gerade auch in der Politik. Du musst dir ja vorstellen, es sind nur ein Prozent der Deutschen sind beschäftigt in der Zeitarbeit. Aktuell sogar noch ein bisschen weniger. Ein Prozent, ja. Ein Prozent. Und wenn du die Wahlen... Aber es sind trotzdem Milliardenmarkte, nehme ich mal an, vom Umsatz her, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Umsatz hängt halt von den Stundenlöhnen oder von den Verrechnungssätzen, wie viel Umsatz das ist. Aber es ist jetzt nicht verschwindend gering. Es hat schon eine gewisse Größe, die Zeitarbeit im deutschen Arbeitsmarkt. Aber wir reden trotzdem nur über ein Prozent. Ein Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist über die Zeitarbeit eingesetzt. Und das war mal in Spitzenzeiten bei 1,5 oder knapp an 2. Aber nie mehr. Und bei den Wahlen ist immer so das Gefühl, dass 30, 40 Prozent aller Deutschen über die Zeitarbeit eingesetzt sind. Und dem ist gar nicht so. Ja, es ist ein kleiner Teil. Und ja, wir haben halt nicht so eine gute Lobby. Gewerkschaften mögen uns nicht. Und mittlerweile ist ja eigentlich so, der Mindestlohn ist, ich weiß gar nicht, 9,50 Euro, 9,75 Euro. Aktuell der Mindestlohn. Und wir sind bei über 10 Euro schon. Und das schon sehr lange. Ich weiß, wir haben ja damals ein Interview gemacht. Ich werde auch mal die Interviewnummer in die Show Notes mit reinnehmen. Da haben wir uns sehr intensiv über das Thema Zeitarbeit. Für wen ist es interessant, vor Nachteilen und so weiter. Ich muss sagen, ich hatte mich vorher auch mal mit mir auseinandergesetzt. Ich war sehr, sehr angetan, was man durch Zeitarbeit als Unternehmer doch für sich und sein Unternehmen tun kann. Ihr seid wirklich gute Helfershelfer. Und so bist du auch angetreten als Unternehmer, wo du sagst, was ich möchte, Zeitarbeit wirklich, ja, hoffähig machen, auch transparenter machen. Was machen wir eigentlich? Und das hast du ja mit 300 Folgen, über 300 Folgen mittlerweile glänzend bewiesen. Ganz klar, muss man sagen. Und du machst das, das war ja auch das, was du eben gesagt hast, du machst ja auch Coaching sozusagen. Du erzählst so viel Know-how raus, dass auch Mitbewerber auf die Idee kommen können, ey, toll, das Wissen sauge ich auf. Und wo dann Leute zu mir sagen, ey, Daniel, wie kannst du nur so blöd sein, so viel Wissen rauszugeben? Das sagen mir manchmal Berufsgelegen auch, weil wir, wie kannst du nur so viel Wissen rausgeben? Da lächle ich immer drüber und sage, weißt du, erstens, wenn ich Wissen rausgebe, bin ich im Gespräch. Und mit dem Wissen, da muss ich erst mal ein anderer dran mästen, weil, wenn ein Hörer meines Podcastes sagt, hey, zu seinem Finanzberater kannst du das und das machen. In der Regel können das nämlich von 10 und bestimmt 9,5 nicht. Dann sagt er, okay, du kannst es nicht, weil ich bringe mir auch, weil welche Fragen er stellen soll, sein Finanzberater. Und wenn er dann einen neuen sucht, wen wird er sich holen? Den, der sehr wahrscheinlich gutes Wissen von dich gebracht hat. Deshalb bin ich immer ein Fan davon, im Podcast nicht zu mauern, nach dem Motto, so Andeutungen zu machen, was man alles machen könnte, sondern Content for free und das auf höchstem Niveau rauszuholen. Und das schätze ich auch an deinem Podcast, du machst da richtig detaillierte Sachen mit Kalkulationen, Onboarding. Wie findest du Arbeitskräfte? Hammermäßig, muss ich sagen. Du bildest ja praktisch Leute aus, die sich den kosten, die sich den anhören können, den Podcast. Ja, weil du es ja auch, Holger, das Wissen ist ja im ganzen Internet verfügbar. Es ist ja nichts Neues, was ich irgendwie erfinde, sondern ich habe mir das auch durch Fortbildung, durch eigene Erfahrungen angeeignet. Und das Wissen bündel ich. Und wir suchen ja mittlerweile eigentlich nicht nach dem Wissen, sondern wir suchen eher nach dem roten Faden. Ja, wir wollen Orientierung, wir wollen die Abkürzung gehen. Wir wollen nicht die unnötigen Kilometer machen, sondern wir wollen schnell zum Ziel kommen. Und dafür biete ich halt bei dem Podcast meine Einschätzung. Die muss ja gar nicht der Weisheit letzten Schluss sein. Ja, muss ja nicht. Ich maße mir ja nicht an, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, sondern das ist meine Sicht der Dinge, wie ich es sehe, wie ich glaube, dass andere erfolgreich sind, wie wir es schaffen, dass wir gut bei unseren Kunden dastehen und dass die Bewerber uns auch mögen und ein anderes Bild auf die Zeitarbeit oder über Zeitarbeit bekommen, wenn wir so mit unseren Mitarbeitern dann umgehen. Wie wir Zeitarbeit leben, das kann ich ja nur weitergeben und glaube, dass dadurch automatisch das ganze Niveau der Zeitarbeit einfach angehoben wird. Und dann habe ich ja schon einen Teil meiner Aufgabe dann auch erfüllt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum eigentlichen Thema ja auch, was es ja so ein bisschen geht. ist ja auch so ein bisschen das Mindset zum Thema Geld. Und das musste ich ja auch... Lass uns da später nochmal drauf kommen. Ja, gerne. Lass mich, bevor wir zum Thema Geld kommen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, das wir beide besprochen hatten. Warum bist du gerade auf Podcast als Medium gekommen? Du hättest ja YouTube-Videos machen können, du hättest einen Blog machen können. Wie bist du auf Podcast gekommen? Ja, ich bin nicht so der Schreiber. Also ich bin eher der Auditive. Und es war immer so, wenn irgendwie eine Hochzeitsfeier war und da gab es was zu versteigern oder irgendwer sollte eine Rede halten oder so, da haben mich alle meine Freunde und Verwandten immer nach vorne geschoben. Hier, Daniel, mach mal. Hier hast du das Mikro und sieh mal zu. Und das war immer so mein Medium. Ich habe immer so den Balkon gesucht, um zum Volk zu sprechen. So habe ich das damals so gesagt. Aber meine Kollegen sagten, nein, das kannst du nicht in dem Podcast sagen, dass du nur einen Balkon gesucht hast, um zum Volk zu sprechen. Aber ich wollte halt ein bisschen was mitteilen. Und bin ich so der Schreiber. Ich lese auch nicht so viel. Aber das Auditive, ins Mikro sprechen, nachher dann auch in die Kamera, weil dann habe ich dann auch gedacht, okay, wenn ich doch eh einen Ton aufnehme, dann kann ich da auch ein Bild dabei aufnehmen. Und dann kann ich das so gleichzeitig auch bei YouTube streamen. Und das fing so mit ganzen Zoom-Sachen an. Und so habe ich dann den Turnaround geschafft und habe gedacht, okay, das ist ein neues Medium. Du bist ganz nah am Gehirn, am Ohr des Hörers dabei. Und du hast ja auch eine lange Bühne. Ja, wo hast du die Chance, dass dir jemand so lange zuhört? Jetzt nehmen wir auch schon 15 Minuten knapp auf, 20 Minuten. Da hast du natürlich die Aufmerksamkeit deines Hörers. Und wo ist das gegeben bei einem Podcast? Also für Menschen, die zuhören, jetzt noch nicht richtig wissen, was ein Podcast ist. Man kann einen Podcast praktisch als eine Radiosendung vergleichen. Du kannst dir über einen Link, hörst du dir eine gesprochene Sendung an zu einem gewissen Thema. Und du kannst das hören zu allen Tags- und Nachtzeiten. Du brauchst keine Bildgebung dazu. Du kriegst den Podcast sozusagen aufs Ohr. Das ist der absolut tolle Vorteil. Du hörst es dann, wenn du Zeit hast. Du sitzt im Bus, im Auto, hast Wartezeiten, hörst du dir mal einen Podcast an. Und ich merke das auch in meiner Community. Ich habe ja auch anspruchsvolle Themen mit Ärmenschenken und so weiter, steuerlichen Sachen. Die hören sich durchaus zweimal eine halbe Stunde an, weil das Thema interessiert sie. Wie ist denn jetzt bei dir die Resonanz, wenn du es vergleichst, YouTube-Video zu Podcast vom Medium her? Also bei YouTube sind natürlich die Hörer jünger. Ja, und das ist auch das Klientel, das einen Podcast hört. Die sind vom Bildungsgrad etwas höher, vom Einkommen etwas höher und haben halt eine andere Affinität zur Weiterbildung. Bei YouTube ist es dann auch ein Medium, was für Wissbegierige ist, die sich weiterbilden möchten, aber eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Aber die junge Zielgruppe von heute ist auch morgen vielleicht eine Zielgruppe, die für uns alle wieder interessant ist, die dann irgendwann auch kaufkräftig sind oder in den Beruf dann einsteigen und sich weiterentwickeln. Und so ist es halt gekommen und die Kommentare sind natürlich bei YouTube etwas trendiger und eher salopper, als das jetzt bei einem Podcast ist. Und bei einem Podcast kann man ja auch nicht einfach drunter kommentieren. Das geht bei einem YouTube-Video natürlich schon, wenn die Kommentarfunktion an ist. Da kann man da direkt seinen Senf dalassen. Und deshalb braucht man auf jeden Fall beim Podcast auch einen Social-Media-Kanal, um mit dem Hörer und der Hörerin, dass die nicht mehr anonym sind, in Kontakt zu treten. Und darum habe ich auch ganz klar gesagt, ganz früh habe ich meine Handynummer rausgegeben, weil ich sage, ich kann jeder anschreiben, kann mir eine WhatsApp schicken. Überhaupt kein Problem, ist kein Geheimnis. Super. Also interessant, wir machen ja so ein bisschen Erfahrungsauswicht, vielleicht finde ich unsere Hörer auch interessant. Vielleicht sagt der eine oder andere auch, ich überlege auch, mich in der Öffentlichkeit besser zu präsentieren, wie mache ich das? Also Blog ist auch nicht mein Ding. Ich habe auch wieder, ich schreibe auch nicht gerne, ich rede auch lieber wie du, habe ein Podium. Und ich habe mich dann angefangen mit YouTube-Videos, habe ja viele Klicks gehabt. Ich habe ein Video gehabt, Einladensicherung über 23.000, was weiß ich, vielleicht 24.000 Klicks. Aber YouTube konnte ich ja sehen, so rein raus. Das ist so ein bisschen, wo ja, ja, nochmal schnell gucken, wieder raus nach dem Motto. Sekunden, Minuten Zugriffe und 20 Minuten Content haben sich ganz wenige Leute angehört. Ein Podcast kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wie lange die Leute drin bleiben, aber du hast gesagt, du hast so diese stillen Folger. Ich habe das sehr oft, ich bin unterwegs, da sagen die Leute, ich treffe mir wieder einen bekannten Kunden, haben sie aber ein gutes Ding gemacht. Ich sage, wie meinen sie ein gutes Ding? Ja, der Podcast zu dem Thema. Was haben sie gehört? Ja, ja, ich höre viele Podcasts von ihnen. Das heißt, wir haben im Prinzip stille Begleiter, die das mit anhören. Wir wissen es aber nicht, das hast du am Anfang unseres Interviews ja auch gesagt. Ganz interessant, du kriegst nicht immer sofort eine Rückmeldung. Aber die Leute sagen, ey, cool, wie du das machst, zwei die Woche, Hut ab, Chapeau und können wir mal über das Thema reden. Kommen wir aber nicht freiwillig zu mir. Ich habe auch diese Zielgruppe, eher die höher gebildeten Leute, ältere Leute, junge Leute haben in der Regel am Anfang nicht sofort das Geld, was die älteren Leute haben. Und deshalb ist für mich Podcast das bessere, sinnvollere Medium als YouTube. Ich habe das jetzt umgekehrt gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich den Podcast mal mache, dann nehme ich die Tonspur, haue die einfach nach YouTube rüber, aber ich gebe kein Bild dazu. Ich glaube, auf YouTube haben wir 200 Abonnenten. Nice to have, ne? Finde ich also ganz bloß, aber da tue ich eigentlich nichts für. Das ist nur ein Abfallprodukt meiner Arbeit. Und auch jüngere Leute und weniger Geld ist da auch von, merke ich. Ich kriege die besseren Anfragen, die besseren Geschäfte ziehe ich mittlerweile über Podcast aus. Für mein Business, Finanzen, ist das lukrativer. Ich denke mir, da muss auch jeder gucken, wo, wie bin ich aufgestellt, was kann ich, gut, was will ich. Als Tipp können wir uns sicherlich beide weitergeben an unsere Hörer. Nach dem Motto, überleg dir, was willst du erreichen? Da kommen wir gleich zu. Du berätst ja auch in solchen Sachen. Du kannst deine Erfahrungen, die du mittlerweile aufgebaut hast über die zwei, drei Jahre hinweg, kannst du wirklich weitergeben. Hast ja auch eigene Kurse, die du mittlerweile herausgibst, wo man daran teilnehmen kann. Da kommen wir später aber auch noch drauf zu sprechen. So, das war jetzt das Thema so ein bisschen Podcast und zum YouTube. Und jetzt hast du ja dich weiterentwickelt. Da war das Thema jetzt Geld. Wir haben ja mal über Geld uns unterhalten. Du warst ja bisher, in Anführungsstrichen, Angestellter. Ja. Was ist denn der Unterschied, dass ich im Angestellten oder ein unternehmerisch tätige Menschen? Oder ein Unternehmer? Ich frage das jetzt weiter. Ich bin damals schon als Angestellter eingestellt worden als Unternehmer im Unternehmen. Das war so der Slogan, den damals mein Vorgesetzter mir gesagt hat. Er sucht Unternehmer im Unternehmen, die halt selbstständig arbeiten, die die Arbeit sehen, die eigene Lösungen entwickeln. Und so bin ich auch immer, ja, nicht gedrillt worden, aber so habe ich das auch immer wahrgenommen. Ich konnte also mal an meinem eigenen Standort relativ autark arbeiten und habe dann neue Lösungen erarbeitet, wo ich dann festgestellt habe, es funktioniert gut. Und dann aber gemerkt, irgendwann als Angestellter ist dann auch mal Ende bei einer gewissen Position. Ja, ich bin damals mal als Disponent angefangen, da bin ich Niederlassungsleiter geworden und dann bin ich Regionalleiter geworden. Und wenn du dann merkst, okay, so der Austausch unter den Kollegen, das ist alles schön nett, aber es kommen keine neuen Impulse rein. Also habe ich mir gedacht, okay, du musst neue Benchmarks setzen. Du brauchst, ich bin aber so ein Ranking-Typ. Wenn irgendwo ein Ranking ist, dann wollte ich da immer oben stehen. Ja, das war schon bei Computerspielen so, das war bei den Niederlassungen, egal wo ich war, wenn es mehrere Niederlassungen gab und irgendwo war ein Ranking, dann wollte ich da irgendwie hochklettern. Ja, den besten Umsatz machen, das irgendwie schneller, höher, weiter. Und du lebst Zahlen, Daten, Fakten, das weiß ich. Als wir uns kennenlernen, da warst du auch gleich so, was sagst du für Zahlen? Nein, sagst du, was meinst du für Zahlen? Ja, so Klickraten. Sagst du, was ist das denn? Ich habe mich da gar nicht drum gekümmert. Ich habe den Podcast gemacht, hast ein schönes Medium, aber wie oft ich angeklickt werde, warum, wie, so. Da hast du mir erst mal den Kopf gewaschen und sagst, Holger, muss ich schon mal drauf achten. Und du bist ja da wirklich ein, ja, so ein Ranking-Typ. Man muss ja auch wissen, was so ein bisschen passiert. Es ehrt dich ja auch, dass du da nicht so genau, dafür mache ich es ja auch nicht mehr. Es ist jetzt nicht wegen der Zahlen, aber man denkt immer so, das ist so eine Spielerei. Aber ich habe einen Tag gehabt, da haben 15.000, vielleicht war es auch ein Fehler, 15.000 mal einen Podcast an einem Tag gehört oder angeklickt, wo ich da dachte, andere machen da Stadien voll und mittlerweile dürfen ja gar nicht mehr so viele ins Stadion. Aber 15.000 mal an einem Tag erreichen mit meiner Stimme, das ist schon irre. Und diese Macht, die man hat, die sollte man auch bescheid und sinnvoll einsetzen. Darum bin ich ja auch immer, weiß ich auch wie du, sehr gewissenhaft mit den Aussagen, weil wir haben auch eine Führungsverantwortung. Wir haben auch eine Vorbildfunktion, der wir auch gerecht werden müssen und dürfen nicht irgendeinem Blödsinn erzählen. Das maßen wir uns ja auch nicht an, aber das ist so die Erkenntnis. Und beim Zahlen kann man ja auch sehen, was kommt gut an, was hilft es mir, eine Podcast-Folge zu machen, wo ich sehe, dass nach 10, 15 Sekunden die Leute einfach abwandern und nur ein Drittel, die bis zum Ende durchgehört hat. Da muss ich halt gucken, woran hat es gelegen, was kann ich machen, hat das... Das ist die richtige Zielgruppe, die Themen richtig sind und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn zwei Drittel, die bleiben, die ja gute Resonanz geben und Umsatz machen, die Qualität stimmt dann. Oder wenn es nur 10 Prozent sind, ist auch okay. Aber lassen wir vielleicht eins festhalten, Podcast ist eine unglaublich geniale Geschichte, um selbst ein Branding zu schaffen, dich zu positionieren, um Themen, die du von morgens bis abends als Beruf machst, weiter zu transportieren und dadurch wirklich, sagen wir mal, die Fähigkeit eines Fachmanns, eines Spezialisten aufzubauen. Den Nimbus eines Spezialisten kannst du dadurch aufbauen und wirst natürlich auch deshalb auch rumgereicht. Denn du hast ja mittlerweile auch viele Leute, die dich anfragen und sagen, hey, kannst du mich interviewen? Ich würde ganz gerne als Interviewpartner in deinen Podcast reiten. Du hast ja schon mittlerweile eine Sogwirkung entwickelt mit den vielen Klickraten, die du von deinen Podcast-Hörern hast. Ja, du bist ja Zielgruppenbesitzer, genauso wie du ja auch Zielgruppenbesitzer. Es hören sich finanzinteressierte Menschen deinen Podcast an. Und da ist natürlich für den einen oder anderen Werbetreibenden natürlich auch interessant, bei dieser Zielgruppe anzukommen. Ja, oder da mal hier sein, sich mal auch als Experte zu positionieren, weil automatisch, wenn du einen Podcast machst, müsstest du ja schon ziemlich, entschuldige den Begriff, dumm sein, einen Podcast zu machen über ein Thema, wo du keine Ahnung hast. Das macht ja keiner. Ja, es legt sich ja niemand, sagt, ich mache jetzt mal einen Podcast und biete mich der Lächerlichkeit an. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, aber ich rede mal drüber. Das macht ja keiner. Also du suchst dir ein Thema aus, wo du Ahnung hast und dazu machst du einen Podcast und automatisch hast du diesen Expertenstatus. Ist ähnlich, als wenn du ein Buch schreibst, dann denken die Leute auch, der schreibt ein Buch und da hat er ein paar Seiten gefüllt. Also wird der schon Ahnung haben von dem, was er da macht und auch eine gewisse Kontinuität, weil es dauert ja auch, bis man so ein Buch fertig geschrieben hat. Und das ist halt das, was man dann nutzt und auch als Podcaster direkt bekommt. Manche Türen öffnen sich, wenn du sagst, ich habe einen Podcast, ja. Ja, das ist so eine Referenz. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einen Podcast, macht schon was aus. Du hast ja was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich, wenn du vorst, einen Podcast zu machen, such deinen Bereich, wo du Spezialist drin bist. In der Regel deinen Tagesbereich oder du hast ein Hobby, wo du ein absoluter Experte bist. Darüber mach einen Podcast. Überleg dir nicht, was könnte Leute draußen begeistern und versuch ein neues Thema zu finden. Darin wirst du nie gut sein. Du musst über das reden, was du Tag ein, Tag aus auch gestaltest. Richtig, ja. Mein Lieber, wir haben eine halbe Stunde schon um. Das war der erste Teil und im ersten Teil haben wir ja, wie gesagt, schon einiges gemacht. Woher kommst du? Wir haben über Zeitarbeit ganz intensiv gesprochen, wie du deinen Podcast aufgebaut hast. Und Leute, hört euch den zweiten Teil an. In dem zweiten Teil geht es um uns eingemacht. Es geht um Mindset, um Glaubenssätze. Es geht um das Thema Geldentwicklung, was ist der unterschiedliche Unternehmertum und Selbstständigkeit und Angestellten sein. Da freue ich mich sehr drauf. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mein Lieber Daniel. Danke für deine Expertise. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen über eine schöne Bewertung. Am besten auf iTunes oder Spotify. Abonniert den Podcast, denn damit ist gewährleistet, dass ihr keine Podcast-Folge, die nur hier rauskommt, versäumt. Und habt ihr Freunde, Bekannte und Berufskollegen. Hey, schickt doch einfach den Link weiter, denn auch die werden sich vielleicht für dieses Thema und für das, was Daniel bietet, interessieren. In dem Sinne alles Gute der Holger und der Daniel. Yeah, ciao. 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 Ciao.